Hey, Aliens! Ich bin's wieder, euer Lieblingsmensch. Und der Erste, dem ihr Bescheid sagen würdet, wenn ihr mit einem Planetenzerstörer anrücken würdet. Oder wenn der Mond einer ist. Euer Superstar, den ihr hoffentlich nie holen kommt. Also holt eure Stifte raus, oder womit auch immer ihr schreibt. Vielleicht habt ihr auch Bleistiftfinger. Passt auf und lernt! Das heutige Thema ist auch irgendwie ein bisschen persönlich. Es soll nämlich um Preisverleihungen gehen. Ihr wisst schon, diese Veranstaltungen, wo sich alle als Pinguine verkleiden und sich dann gegenseitig in den Arsch kriechen. Nicht vorwechseln mit Proktologen besuchen. Da geht's auch um die eigene Gesundheit. Und um nettes Beisammensein. Nein, diese Preisverleihung erkennt ihr auch daran, dass irgendwann alle gemeinsam in einen großen Saal gehen und sich gegenseitig kleine Goldstatuen geben. Genau das sind dann diese Preise. Die bekommen Leute, die etwas besonders gut gemacht haben. Von anderen Leuten, die schon mal etwas besonders gut gemacht haben. Ich glaube, ich musste einfach ein bisschen weiter ausholen. Wir Medienleute haben ja ein Problem. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir gerne machen, und dem, was die Zuschauer gerne sehen. Es sei denn, wir machen nur gerne Dinge, die viele Leute sehen. Das hat dann aber nichts mit Kunst zu tun, sondern mit Anpassungsfähigkeit. Es gibt nämlich kein Scheiße mehr. Es gibt nur ein, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Das ist der brancheninterne, versöhnliche, selbst relativierende Terminus für Scheiße. Aber vergessen wir mal die, die sich selbst der breiten Zuschauerschaft anpassen. Und zwar schneller, als die Zuschauerschaft sie vergessen wird. Da gibt's halt auch noch die anderen. Die machen das, was die Leute nicht unbedingt sehen wollen. So Kunst, Bildung oder generell sich mal Mühe geben. Und die haben dann vergleichsweise eher geringe Zahlen. Nun wollen wir Menschen aber alle mal Anerkennung. Und wenn man die nicht von der gesamten Welt kriegt, dann muss man sie sich halt untereinander gegenseitig geben. Aber ihr müsst zugeben, so eine Veranstaltung, wo man sich einmal im Jahr trifft, sich in einen Kreis stellt, sodass jeder mal einen Schulterklopfer von hinten abbekommt, ist irgendwie witzlos. Darum gibt's keine Schulterklopfer, sondern nutzlose Metalltrophäen. Ich hab hier einfach mal einige klaut. Ist natürlich nur ein Imitat. Stand bei Leonardo DiCaprio auf dem Kamin. Wird er aber nicht vermissen. Er hat sich ganz viele davon gekauft. Also das ist der Oscar. Der wichtigste Filmpreis der Welt. Den bekommen Leute, die gute Filme gedreht haben. Wie gesagt, absolut nutzlos. Schlechter Türstopper, sperriger Briefbeschwerer. Und doch zu schwer, um ihn mit zum Date zu nehmen und damit anzugeben. Ja, die Dinger sind eigentlich nur in Form gegossenes Schulterklopfen von Kollegen. Wie wenn ihr am Rande des Sonnensystems ein Looping fliegt und euer Bordcomputer sagt, das sah aber schön aus. Hast du gut gemacht. Hier kriegst du einen Award. Wer so einen Preis bekommt, das bestimmt eine Jury. Also auch eine Gruppe von Menschen. Wer in so einer Jury sitzt, das frage ich mich auch manchmal. Gibt's eigentlich einen Preis für die beste Preisjury? Von wem wird der verliehen? Und in welchen Kategorien? Absurdeste Begründung? Oder schönster Gewinnerumschlag? Wie auch immer. Die Preise funktionieren also so ähnlich wie Geld. Haben nur einen Wert, weil alle sie haben wollen. Und es gibt keine Bank dafür. Das wäre auch ganz schön merkwürdig. Hallo, ich hab hier einen Oscar, den würde ich gerne gegen zwei Golden Globes tauschen. Oh, und für Werbung funktionieren Preise auch total super. Bestes Beispiel ist auch wieder der Oscar. Wenn ein Film den bekommt, dann steht das auch fett auf dem Filmplakat mit drauf. Das bedeutet dann sowas wie, dieser Film ist sehr gut. Und wenn du das nicht so siehst, dann bist du das Problem und solltest das nicht allzu laut äußern. Wobei das in etwa auch die Argumentation derer ist, die die Zuschauerzahlen als Qualitätsmerkmal ansehen. Was haltet ihr von diesem Phänomen? Dieses Streben nach Anerkennung, ist das nur menschlich oder habt ihr das auch? Werft ihr vielleicht darum mit Preisen nur so um euch? Schönste Geburt deines Lebens, hier. Schönste Autoreifen in der Tiefgarage, hier. Wär vielleicht einfacher. Achja, sieht man sich beim Webvideopreis? Das wär super. Ich freu mich schon mega drauf. Tschüß!